so da sind wir wieder diesmal auf der map impact die ich auch schon einmal gespielt habe genau und die eigentlich ganz toll war bin ich mal gespannt ob der jetzt genauso abgeht team instant action impact let's go würde ich mal sagen und lädt in den gegner rein das ärgert einen immer noch nicht und das auch wieso sind die spawns so kacke am anfang das ist echt schlimm es ist eigentlich passiert auf jeder map bei mir so gewesen dass ein gegner innerhalb von zwei metern entfernung bei mir spawnen was ich recht schade finde da es einem bisschen komisch ist wenn man sofort stirbt oder auch sofort den anderen hört und er sofort stoppen traurig ist und wieso mili ich ihn nicht ich bin so doof ich dachte er steht da ab kann passieren soll nicht passieren und was ist das ist das oh ja er schießt auf meinen meld und trifft mich weil ich da unsichtbar gerade zufällig vorbeigelaufen bin was war das denn frag mich warum der mir vorbeigelaufen ist unsichtbar war ich jetzt nicht sehr merkwürdig egal weiter geht's mit radar die sich vorne hinter dem weg hat und kriegt da noch mehr wegner der nicht down geht schweiß jetzt ist er ein mate den will ich nicht abwerfen schweiß jetzt ist er ein mate den will ich nicht abwerfen schweiß jetzt schweiß jetzt schweiß jetzt schweiß jetzt schweiß jetzt schweiß hier und hier ist schweiß sind camp hier ist der den Ich bin nicht auf der Veilin und wollte mir ihn holen. So. Geh daun. Nein, geh nicht daun. Dann halt nicht. Oh scheiße, kann gar nicht ruhig gucken. Die Säge hat dann zwei Stück nach dem Spalke, oder? Und ich krieg nur eine SIS. Fight harder! Da oben war einer. Oh, das war's schon. Das war jetzt eine Low-Aktion. Ich glaub ich mag die Map doch nicht mehr so toll. Das ist echt, naja. Letztes Mal hat die Map mehr Spaß gemacht. 7-5 ist jetzt auch nicht so, das war's. Aber naja. Das war ein kurzes Match. Bis zum nächsten Mal.